Es gibt ein weiteres Update aus dem Leben von Jürgen Drees. Seine Tochter Joelina hat die Zukunftspläne vom König von Mallorca verraten. Heute Abend gibt es die Wiederholung von der großen Schlagerabschied von Jürgen Drees, präsentiert von Florian Silbereisen. Eine tolle Sendung, in der Kollegen wie Maite Kelly, Roland Kaiser und Thomas Anders Drees Bühnenabschied zelebrieren. Doch ist es wirklich ein Abschied für immer? Wie seine Tochter Joelina dem OK-Magazin verriet, ist ein Comeback nicht ausgeschlossen. Ein Vater-Tochter-Duett ist in naher Zukunft denkbar oder vielleicht sogar ein Album. Über diese Nachricht dürfen sich die Fans von Jürgen Drees besonders freuen. Mehr als 50 Jahre lang stand er auf der Bühne und hat die deutschen Fans mit tollen Hits bereichert. Übrigens verrät die Tochter in einem Interview mit RTL, dass Jürgen und seine Frau Ramona wahrscheinlich dauerhaft nach Deutschland ziehen werden. Ein guter Grund dafür wäre, dass die Tochter bald mit der Familienplanung beginnen möchte und es schön fände, ihre Eltern an ihrer Seite zu haben. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr euch eine Rückkehr von Jürgen Drees wünscht oder ob ihr ihn den wohlverdienten Ruhestand gönnt. Jürgen Drees Jürgen Drees Jürgen Drees Jürgen Drees Jürgen Drees Jürgen Drees